So, meine lieben Damen und Herren, es wird jetzt langsam ernst, Küppli-Lauf steht an und wir sind ja nicht zum Spaß hier, deswegen bitte alles ordentlich machen heute, ja, das ist sowieso das Motto, alles ordentlich machen und deshalb bitten wir jetzt alle Teilnehmer des Küppli-Laufs, sich jetzt hier parat zu machen. Das ist weiterhin bekannt für Kocken, Ausleeren beim Einschenken und saures Trinken, es gibt jeweils ein oder zwei Jägermeister, das hängt davon ab, wie gut der Schiedsrichter gelaunt ist. Wichtig ist noch, jetzt wieder aufpassen, 10% von dem, was ich sage, ist wirklich wichtig, die Flaschen werden im leeren Harassen getragen, für die deutschen Teilnehmer unter uns, das sind die Bierkisten. Ja, das ist nur die erste Stunde, wir müssen hier schwitzen und wir haben das gut. Für die Erfindung des Hopfen und des Malzes und sagen, Bierathlon 2012, go! Ja, das ist nur die Erfindung des Hopfen, wir müssen hier aufpassen, Und das ist nur die Erfindung des Hopfen, wir müssen hier aufpassen, Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Applaus Ja! All right, so we have two times for the next one. Yeah, yeah, yeah! Oh! Woo! Who is that? Oh no, I did get you! I did get you! Yay! Oh! Oh, that's a good one! It's good! Yep! Up, 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 up! Yay! Yeah, I like it! Up, 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 up! Woo! 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 Auf geht's, gut! Ho, 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 ho! Go, go, go! Komm, du bist einfach anstrengender! Hör mal! Guck, guck Sie! Weiterell, du bist einfach anstrengender! Ich sehe dich, ich bin jemand. Da sind alles ohne Kopf zusammen! Sterne lieben, Sterne lieben, Oh. Sterne, Sterne können nie Böse mir sein, Ich seh die Sterne lieben, Sterne lieben, Sterne lieben. Sterne lieben, Sterne lieben, Der Paparazzi! So kam die Kleine mit! Hey, let's do this! Hey, let's do this! Hey, let's do this! Wie hast du dich gefühlt auf dem Will-Atlons 2012? Okay, so haben wir auf jeden Fall auch alle anderen argumentiert. Ist es heute speziell herzig wegen dem Schnee? Es ist anders drin als ich auch schon. Liegen die Zeitwärme voll begleitet. Die Zirkung ist immer gut. Und wie ich, und was haltest du vom heutigen Bier? Es ist grusiger als ich letztes Jahr. Und noch das würden wir sagen, Prost! Prost! Ho, sho, sho! Klootto,illas! Das war's für heute. Musik Was meint der Renus? Aber ich habe keine Chance, wo es einverzieht oder nie ist. Das ist mal der Endeffektor. Was meint der Jussi? Der Hambo. Nein, er ist Hambos. Hambos? Hambos, ja, ja. Hambos braucht man ja auch einen Hambos. Ah, ja, ja. Also was? Was dich nicht umbringt, macht dich härter. Gott, Gott, Gott! Oh, Gott! Töck-Töck-Töck-Töck Sprich zu der Kamera.